Musik Gut spielt in der TTBL, wie er mit dem Spiel von Matthias Falk zurecht. Lust und trägt Feuer in sich und will unbedingt. Kann das auch schaffen. Kassel mit einem Rückschritt. Das ist an der Karte. Funktioniert einfach sehr, sehr gut. Spielt es tatsächlich etwas unaufgeregt da. Natürlich kann Matthias Falk am Ende... Was mich ein klein bisschen wundert, denn... Oh, sehr gute Kombination. Hier kommt er erstmal wieder auf 9-2 ran. Und auch... Beziehungsweise Pech, je nachdem. Diesen Vorhandschuss spielt. Aber schon so häufig bewiesen, dass er das kann. Und auch der ist an der Karte. Karte dran, das gibt es ja gar nicht. Hier ins Schluss Doppel. Noch einen abgewehrt. Und so eine Vorhand zum Schluss. Stärker Ball von Kassel, muss man anerkennen. Sehr, sehr gut.